Wer spielt heute Abend Champions League eigentlich? Ich glaube Chelsea. Chelsea gegen Paris und wer noch? Irgendwer anderes, den ich vergessen habe. Ne, irgendwelche Gammler haben doch heute schon bespielt, oder? Was? Dann wären es aber Russen oder so. Ja, irgendwas war doch... Wirklich? Ich meine, oder nicht? Werden wir neu? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ach doch, die spielen gerade. Petersburg, ja. So, Petersburg gegen Benfica. Das ist eine sehr spannende Verharrung. Ja, auch keine. Europäische Top-Party auf jeden Fall. Ich habe vorhin gelesen, Wolfsburg hat einen Gent-Fan rausgeworfen, der sich über den Emissionsskandal quasi lustig gemacht hat. Wie gut ist das denn, Mann? Irgendwas von wegen der Software und so weiter. Ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall haben sie den rausgeworfen. Ich verstehe überhaupt keinen Spaß bei Vondi. Oh ja. Vor allem in der Hipper. Morgen kommt Batman gegen Superman. Eigentlich ins Kino. Ich weiß es gar nicht. Das müsste irgendwie in den nächsten zwei, drei Wochen sein, oder? Ja. Du weißt doch eh, wie der Film ausgeht. Bitte? Alles klar. Du weißt doch eh die gesamte Handlung vom Film schon durch den Trailer, oder nicht? Ich schaue gar nicht in den Trailer. Ich bin, ich habe da immer Hirn aus und so, wenn die im Kino laufen. Rage setzt sich dann so Scheuklappen auf, hält sich so ein Buch davor, nach so Kopfhörer. Dann stupst Tryhoun ihn irgendwann an, oder so, wenn der Trailer zu Ende ist. Ja, könnt ihr zu dem Film gucken. Naja, eigentlich kannst du bei uns ja den Wecker danach stellen, weil das immer circa 25 bis 30 Minuten sind, wo Werbung kommt. Vor allem, also wenn du öfter ins Kino gehst, haben wir ja früher auch gemacht, weißt du, du kannst wirklich punktgenau dann auch kommen, wenn der Film anfängt, ne? Ja, eben. Aber außer du reservierst, da musst du nämlich noch eine halbe Stunde vorher da sein, um die Karten zu holen. Ja gut, kannst du ja Karten abholen, gehst du noch von der Kneipe an der Seite. Naja, aber das machen wir in der Regen, aber dieses ganze Konzept ist doof. Das ist für mich hier gerade ganz doof, was hier passiert. Loll, die Oma schießt jetzt in den Berg hier vor mir ran. Die York schießt mit AP auf mich. Ich kassiere von der Nagato, guter Deal. Oh Gott, wir beide küssen uns gleich. Ja, ich dringel dich immer ins Grimadino weg. Das ist kein Problem für mich. Alles klar. Wenn du so anhänglich bist. Ja, und die... Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Danke fürs Wegdrehen. Hey, hab ich mir ein paar Sekunden... Drehzeit oder was hast du dir gespart? Genau. Sorry, ich hatte gerade kurz Atemnot durch die AP-Shelst wieder reingeschlacht. Kurz Schnappatmung. Wir sind hier bei uns, Team Bastion. Das ist so strange, wenn man schießt, wartet und dann auf einmal ein Treffer-Feedback bekommt, man nicht mehr weiß, von welcher Seite wir die kommen. Äh, nee, was mach ich denn? Die Richtung muss ich spielen. Wenn mal jedes Battleship so wirklich für die Tierpitz wär. Die konnte man genau verfolgen. Irgendwie haben die drei Caps und wir haben noch einen. Ändern sie dieses. Könnte ich nicht die Mitte fahren. Es sind alle vier Battleships von denen hier bei uns. Also die Kolonien ist noch auf dem Weg. Und ich glaube, drei Zerstörer sind auch hier. Äh, zwei sind hier. Sind nur zwei hier? Mine und die Maha. Genau, die Kamikazus auf der anderen Seite. Okay. Und hat da schon einen Kill gemacht. Und wird wahrscheinlich gleich einen zweiten Kill da machen. Deck hier mit ein paar Torps auf. Ah, das ist ja dann. Warte rum. Oh Gott, ja, weil da überall ist auch zu Smoked, das ist für mir hilf. Da kommen die nächsten Torps. Ja. Und Ausglauchung, glaube ich. Ja, die Container natürlich. Oh shit, ich bin aufgeklärt. Oh, da ist die andere Fuso. Kannst du die Mikazus versenken? Äh. Die war gerade vor dir aufgeklärt. Ich habe quasi keine ganzes Problem. Ja. Betroffen habe ich sie gerade nochmal, aber... Hier ist irgendwo in der Insel, meine ich mich zu erinnern. Gut, taubst bei dir. Nein, nein, das ist kein Problem. Die laufen extrem weit auseinander. Ich hatte mehr Angst gerade vor der Insel. Und jetzt muss ich ab wieder zurückfahren. Wie kann ich die nicht treffen, die Fuso? Die fährt quasi parallel zu mir. Ich weiß es nicht. Also ich habe sie getroffen. Komm schon, komm schon. Torpwerfer, dreht euch bitte. Jetzt habe ich sie getroffen. Da sind immer noch zwei DDs, die quasi fast tot sind. Sowohl die Mahan als auch die Kamikaze. Quasi down. Oder Minikaze ist das. Minikaze habe ich jetzt leider nur einmal getroffen. Du treffst noch zweites Mal, dass die weg ist. Das ist richtig. Die müsste ich noch irgendwie 6-mal haben. Die musst du vielleicht sogar zweimal treffen, aber... Unsere Dlehrer wird gerade ganz gut geschossen. Ja, Tryon, ich drehe jetzt nochmal in den Cap rein. Ja. Ob du mich da vielleicht noch mal supporten kannst. Ich weiß nicht übrigens, wo die komische Fuso hin ist von denen. Die ist irgendwo mal da am Kartenrand verschwunden. Da hinten ist ein Nebel. Ja, in dem Nebel ist die Mahan dran. Da hinten ist die Minikaze. Das ist halt außerhalb meiner Reichweite. Das ist halt außerhalb meiner Reichweite. Das ist halt so da hinten bei denen rum. Ich habe jetzt schon mehr Schaden als in der Zähne. So, ich bin gerade erinnern, wie viel HP die noch hat. Die Mahan, die ist auch fast tot. Meine ich. Also keine 100% Garantie, aber... Ich muss ja nur aufpassen, dass die... Da ist sie. Na gut, 5000 hat sie noch. Ganz... ...dann die Usen kannst. Ja. Ich muss jetzt wegdrehen. Hast du anderen zerschossen, Björn? Ja. Gut, dann kann ich die nicht reparieren, weil ich habe hier in Auffall gerade zerschossen. Ich habe nochmal 1000 drauf gemacht. 300 brauchen wir noch. Oh, die schießt daneben. Weil die hat Lost Stand. Ich raste aus. Ah, aber die treffen jetzt. Ja, okay, danke. Was? Ich habe nochmal Maschinenbahnen und ich brenne. Oh, ich kann zum Glück nicht getroffen sein. Ja, ich habe ein bisschen das aus, man. Der friert da, bis ich wieder da bin. 20 Sekunden kann ich reparieren. Unsere südliche Flotte bricht jetzt gerade durch. Das wäre nur ganz nice, wenn die mal den Punkt da capturen würden. Äh, das war das Falsche. Das war echt das, was ich wollte. Boah, lass mich reparieren, bitte. Wow, obwohl wir die schlechteren Schiffe hatten, haben wir gewonnen. Oder wie hat das der eine Typ vom Gegner Team vor gerade gesagt? Ja, wir sind gehandicapt. Obwohl ich das nicht als Handicap sehen würde, wenn ich mich im Team hätte. Hallo Miyoko. Nein, ich habe diesmal richtig keine XP. 46 HP. Könnt ihr da bitte mal aus dem Cap rausfahren? Nein. Ich brauche diese Punkte. Finde ich nicht nett von euch. Die Bettchips von denen waren halt wieder super scheiße. Das ist immer super gut. Wenn Kase immer noch lebt. Stimmt. Jetzt nicht, Will. Was? Das war's. Wir gehen vorbei. Wow, ich habe gerade mal 8000 Schaden gemacht gerade. Warten wir zwei Torbtreffer und sieben normale Shirts. Haha. Oh Mann. Das ist schon das Spiel. Haha. 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 Oh Mann. Ja. Ja, unsere York können wir mal rekommenden. Mhm. Hör doch, die Arpen Yoko auch. Die hat immer super viel Schaden gemacht. Die hat keinen einzigen Kill. Aber trotzdem 1700. Also fast 1800 Punkte. Ich denke, die wird irgendwas gecappt haben. Oh ja. Und dann wird die noch relativ viel Schaden gedrückt haben. Ich habe 15.000 gemacht. Scheiße. Okay, bitte.